In Deutschland steigt die Altersarmut. Trotzdem hält die Bundesregierung an der Rente mit 67 fest. Bereits heute schafft es nur jeder siebte Beschäftigte, bis zur regulären Rente zu arbeiten. Vielen Menschen drohen künftig Rentenabschläge von bis zu 14,4 Prozent. Es geht um unsere Rente. Es kann nicht sein, dass in einem Sozialstaat wie Deutschland die Lebensleistung Beschäftigter nicht anerkannt wird. Gemeinsam machen wir uns stark für gute Arbeit und einen guten Einstieg in die Rente. Für sichere Beschäftigung, für Renten, die zum Leben reichen. Sicherheit für alle Generationen. Gemeinsam machen wir uns stark für altersgerechte Arbeitsplätze. Für flexible Ausstiegsmöglichkeiten aus dem Beruf. Für ein Rentensystem, das jeden würdevoll altern lässt. Wir setzen uns ein für gute Arbeit, gut in Rente. Für immer noch für Legalsky. Wir setzen uns Fernsehen. Sie Ärg." Du bist politic.